Also, hi, ich bin Alex, ich bin bisexuell, ich bin 25 und meine Pronomen sind er ihm. Einfach nur, dass man komplett offener mit dem Thema umgeht, weil ich finde, es ist in manchen Kreisen einfach noch schwierig, über sowas zu reden. Was auch ein Grund ist, warum ich so offener mit umgehe, damit Leute merken, hey, das ist ein Thema, aber das kann man mit mir reden und damit sie sich auch trauen. Und einfach auch nur, dass man einfach Leute so sein lässt, wie sie sind und nicht immer so dieses komische, was ist denn mit dem los, der ist anders, der zieht sich komisch an oder der hat keinen Sex, der hat zu viel Sex, der hat mit zu vielen verschiedenen Leuten Sex oder das ist einfach nur albern, finde ich. Also, wir sind alle erwachsen und solange jemand selber damit zufrieden ist, wie er sich gibt, wie er sich benimmt, dann sollte das eigentlich für andere nicht von Interesse sein, einfach. Was ist schön daran ist, ich hänge mich nicht irgendwie so am Körper vom Menschen so ganz so arg auf, sondern gucke halt mehr auf die Persönlichkeit und wenn die mir gefällt, dann passt mir der Mensch normalerweise. Also, ich denke, dadurch, dass ich mich halt mit dem Thema auch beschäftige, habe ich viele Leute kennengelernt, die interessant sind. Das ist auch so, mein Freundeskreis ist ziemlich mit drin in LGBTQ. Also, ich habe auch mehrere Freunde, die bisexuell sind oder auch jetzt vielleicht Freunde, die trans sind oder so irgendwas und ich glaube, das wird mir schon fehlen. Und auch mein Freundeskreis ist ziemlich interessant. Wir nennen uns selber den Flauschhaufen, weil wir immer miteinander kuscheln, meistens nicht sexuell, aber halt auch manchmal doch sexuell. Und das, glaube ich, wäre, wenn ich hetero oder ganz schwul wäre, nicht ganz so einfach, weil halt da Jungs und Mädels mit dabei sind und dann ist das wahrscheinlich einfach auch anders. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.